Ähm, hier kommt er da nicht so richtig über die Brücke rüber, ne? Ich muss mich jetzt kurz mal ein bisschen aufrecheln. Boah, aber drei Stück. Wäre ganz cool, wenn ihr mich nicht, äh, schlafen macht. Au, da. Genau das wollt ihr eigentlich nicht machen. Ah, okay. Soll mich das jetzt bau- Au! A- Ist zwar nur ein Kratzer, aber komm mal nicht drum. Der wird wieder wach. Oder hab ich noch einen Trank dagegen? Weil ich glaub, wenn alle schlafen, bin ich nämlich auch wieder, äh, nicht so gut davor, ne? Ach scheiße, äh, welche Farbe ist denn jetzt schlafen? Kommt auf jeden Fall nicht weiter. Gefällt mir. Grün ist, ah, okay. Geht, trink mal bitte. So. Ich weiß, diese Augen sind sehr ermüdend, aber alle dürfen schlafen. Nur du nicht, der Magier. Was machst du, äh, kamst du jetzt doch über die Brücke? Ein Auge haben wir weg, das ist schon mal so. Dann machen wir jetzt das Auge weg. Ist zwar nur ein Kratzer, ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Wenn sie getroffen werden, machen wir sie eh wieder auf. Ja, aber wenn das... Und wenn alle... Können auch alle Schlafmodus dann erstmal Game Over? Nö. Dann wird halt so lange gemacht, bis sie getroffen werden, ne? Bist du irrsinnig? Alter, was soll das denn jetzt? War ja die Augen jetzt schon nicht mehr so toll. Aber irgendjemand konnte das wegmachen. Glaubst du nicht, ne? Müsste eigentlich mal eine Klerikerin können. Äh, Schwäche heilen. Regeneration heilen. Heilen. Ja, Schutz gegen Magie, Gift heilen. Nee, Furcht. Konnte ich überhaupt irrsinn wegmachen? Nee, das kann ich noch gar nicht. Ich glaube, es ist nicht Game Over, okay. Kann ihr sie mir gar nicht wegmachen, weil das Geist ist, ne? Bin ich noch nicht gut genützt, denn. Au. Haut doch mal um jetzt. Scheiß Augen. Haut die jetzt um. Haut die jetzt um. Haut die jetzt um. Ich hau jetzt jetzt mal den Kratzer. Oh, ist das jetzt mal ein Kratzer? Was ist das alles? Komm schon. Ähm. Wohin? Au. Also ich finde die Augen wesentlich schlimmer. Bis jetzt auch irrsinnig. Doppelt irrsinnig. Ich hab's spürt, weil ich weiß nicht, ob ich dafür genug Tränke habe. Gift heilen, Schwäche heilen, Krankheit heilen, Wunder heilen, Giftschwäche. Lila eventuell. Ja, wenn ich noch grün hätte. Sein heilen ist dann doch schon viel wert, ne? Ich weiß halt auch nicht, warum ich Geistermagie noch nicht auf Expertenlevel habe. Könnte, wenn ich das Buch hab, hab ich nämlich, meine ich. Haben wir vielleicht den Zauber. Grün, nice. Grün Leder, sagst du? Ich brauche ja mal ab. Fluch entfernen, leider. Ah, Schwäche heilen. Laden hat... ist das nicht auch in den Mutifen drinne? Ich hab noch nicht so viel gemixt. Fluchfeuer und Gifts heilen kann halt heilen. Soll mich das jetzt beeindrucken? Soll mich das jetzt beeindrucken? Soll mich das jetzt beeindrucken? Da ist wieder zwei Augen. Ah. Jetzt schläft er, ich hasse die Augen. Ich dachte dagegen ist Magie, äh. Hier, Schutz vor Magie ist ziemlich sicher ein zweifarbiger Arme. Okay, gleich probiere ich gleich einfach mal aus. Au. Ich bin unglaublich. Scheiße. Na gut. Lass noch nicht mitgehen. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere ich doch. Eins gut ist, wir machen eigentlich noch ganz gut Schaden, da wir eh jetzt eher mit Waffen Schaden machen. Sind die Stats ja vielleicht nicht ganz so wichtig, die dabei runtergehen. Oh. Oh. Das wäre ich jetzt gar nicht ganz so. Kommen wir nochmal. Hier. Ich speichere davor. Ja. Ich speichere nochmal ein bisschen aus deiner Reichweite raus. Das ist eigentlich, wenn ich hier längst gehe, ist das auch vielleicht besser als E. Ich speichere. Ich speichere. Ich speichere noch ein Loch. Ballern wir den mal von hier oben. Oder ist das der gleiche, ist der gleiche, ne? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Vor allen Dingen hat er ja auch unseren Ritter direkt weggehauen. Oder ist das eine Art Zauber, den er dann macht? Oder vielleicht, weil er geschlafen hat. Da kommen wir. Mal gehen wir runter. So komisch mit Augen. Die sind ja immer noch. Oh, ich kann mal sagen. Aber der ist doch so breit gebaut, kommt der vielleicht sogar nicht durch. Da hapert's. So geht ich mit, äh, One-Hit-Killen-Monstern um. Nicht mit mir. Ich lass mich hier nicht verarschen von den Monstern. Das ist nicht das Problem, wenn man so groß ist wie der, dass man nirgends nur durchkommt und überall mit seinen Hörnern steckt. Ich mach zwar nicht viel Schaden, aber ich mach Schaden. Da ist er auch bestimmt gleich weg. Weil er hat bestimmt auch eine gewisse Rüstung durch. Die natürlich dementsprechend auch weniger Schaden. Ja, das hatte ich auch schon gelesen. von Protection for Magic, Großmeister schützt wurde. Mist. Das hab ich auch schon gelesen, ja. Aber dafür musste ich ja, um Großmeister zu werden, überall, äh, die nächste Beförderungs-Quest machen. Aber ich denk mal so, haben wir ein ganz gutes Gegenmittel, äh, gegen den gefunden. Wir hoffen mal, dass da nicht so, so viele von jetzt kommen. Aber wichtig war, dass der nicht am Eingang war. Nein, das wär vorbei sonst gewesen. Jawoll. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ach, ich könnte ja auch mal, äh, meinen Krieger aufwecken, ne? Moin. Wär vielleicht vorher ein bisschen schlauer gewesen. Angeblich hilft ja auch jede Menge Körperresistenz, aber da bin ich mir nicht sicher. Okay. Guck mal, es gibt ja so einen Zauber, ne, Körperresistenz. Auch. Auch. Ähm, Regeneration nochmal nochmal drauf machen. Ähm. Ähm. So, wunderbar, ne Spiegerhorn. Ich find ja auch bei allen sieht's irrsinnig okay aus, ne? Bei dem hab ich mich eh schon dran gewöhnt, dass er so aussieht. Der, bisschen komisch, aber wie sie aussieht, ne? Soll mich das jetzt beeindrucken? Nur im Kerzen. Der jetzt da rumzulaufen in der Gruppe hätte ich ja gar keinen Bock an deren Stelle. Ja. Denk komisch krön, die wieder so tief in die Gruppe sind, ne? Wow. Ja. Eigentlich nur noch oben, und sonst seh ich hier nicht mehr so viel auf dem Map. Da jetzt nochmal, ist das jetzt nochmal ein roter? Ein guter, der war, den ich gesehen hab. Kratzer? Aber kümmere dich drum. War da ein roter bei? In der hinter sich nicht so richtig. Glaub aber, es ist kein roter. Ne. Für die grün. Soll mich das jetzt beeindrucken? Jetzt den schnell wegmachen. Oh. Hochheilen. Yes. Komm her. Komm, heu noch um. Schön. Komm. Weckschießen. Ich hab gedacht, eine Runde umschießen entlangt. So, was ist da noch? Ich mach mal so ein Auge. Ich hab' das nahe ein bisschen ganz rein. Ich muss doch aber auch bald mal hier fertig sein mit der Gruppe, oder? Soll mich das jetzt beeindrucken? Soll mich das jetzt beeindrucken? Ach, nein. Ich sieh. Ich sieh's nur ängstlich. Okay. Alles gut. Gut. Er schläft natürlich wie der Einzige, der nicht schlafen darf. Ich glaub, ich geh grad wieder im Kreis. Aber irgendwie... Na, das war nicht ganz verkehrt. Wir gehen jetzt hier so hin. Ich hoffe, dass wir hinter mir nicht da jetzt längs können. Im West-Norden ist ein Ausgang. Okay. Ist zwar nur ein Kratzer? Soll mich das jetzt beeindrucken? Okay. Au! Das ist hier auch... Ne, das ist ängstlich wieder. Okay. Oh, da kann... Drei Minuten... Das ist schwierig gewesen sein. Ne, alles gut. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Ich bin unglaublich. Bin ich froh, wenn ich irgendwie hier raus bin, ne? Augen, ey, die... Auf dir hab ich echt Bock. Da Augen. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Wer hat denn jetzt hier rumgeschrieben? Also irgendjemand ist da noch ängstlicher, zusätzlich. Also irgendjemand ist da noch ängstlicher, zusätzlich. So, jetzt müssen wir die Rest des beiden noch machen. Und dann sollten wir doch... Ähh... Jetzt sind die auch so. Kommt mal her. Kommt her. Auf den MM7-Seiten stehen übrigens auch... ...Krankrezepte. Ja, ich guck da immer manchmal so vorbei. Aber ich... ...will halt auch nicht alles immer nachziehen. Was ich halt nachguck, ist immer nur die... ...wo die Lehrer sind und sowas, weil... ...da hab ich hier auch keinen Bock mehr. Aber wenn die nur zum Beispiel hier eh im Spiel... ...äh... ...eingeschrieben werden... ...den kann ich die mir ja auch... ...gefühlt irgendwie mal selber... ...ja... ...ja... ...aber... ...bisher geht's ja noch so. Ich werde die da jetzt nicht mal rauskommen. Was passiert, wenn ich da jetzt... ...über lau... ...sterb ich dann? ...Rist of Run. Obwohl so viel hat das jetzt auch nicht... ...schaden gemacht. Das machen wir. Ja, hattet ihr nicht gedacht, dass ich hier einmal so drüber laufe, ne? Ist es nur ein Kratzer? Aber kümmere dich drum. Oder war das normalen Wasserlaufen, wenn ich da drüber gekonnt hätte? Bist du wieder ängstlich? Auch komisch, dass sie denn nur ängstlich wird, ne? Der Boden ist Lava. Das kann sein, das kann sein. Das Spielchen kennt sie doch. Oder ist das wirklich Lava? Au! Ist das wirklich Lava? Wem soll das denn nützen? Okay, komm, wir gucken mal kurz nach, was gegen Irrsinn hilft. Äh, Standardtränke, krankheitsvergiftung. Ist das denn für 30 Minuten? Äh, äh... 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 Gibt Gift Schaden auf die Waffe. Der Ritter hat wahrscheinlich noch fünf andere Zustände, die man wegen Irrsinn nicht sieht. Ja, das, äh... Kann es da gut haben. Äh... Schützt Schaden durch Ertrinken. Zauber Steinhardt. Zauber Chill. Zauber Angst. Zauber Angst. Flucht. Ging schon permanent in der Ladung zu gezählt. Zwarung. Helden. Heile. Festigkeit. Äh... Gibt's da vielleicht gar keinen Drang für? Wo ist das gesehen? Ach, Geisteskrankzustand. Ah, ja. Wir sind halt in der Stadt. Ja, ich hätte da... Hätten wir da auch gucken sollen. Orange-Grün, okay. Nee, hatten wir Orange-Grün. Okay, man muss ein Grün. Perfekt! Ja, aber auf jeden Fall hast du uns ganz gut geraten. Oder nicht geraten. Auch immer. Aber wir gehen. Wir kriegen jetzt kein Grün hier hin, oder? Nochmal. Grün hab ich hier nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Äh... Ich sag auch, dass wir gleich wieder essen. Dem blankt uns auch erst mal einer jetzt. Soll mich das jetzt beeindrucken? Aber kümmere dich drum. Geh jetzt aber mal zum Ausgang. Wieder so ein Auge. Ich sag das. Macht uns jetzt bitte. Wir haben noch was. Ängstlich. Das können wir nicht noch wegmachen. Furchtverjagd, glaub ich, geht nicht noch. Ich bin unglaublich. Egal, wir kommen jetzt so durch. Das machen wir jetzt. Siehste? Da ist doch schon Ausgang. Das machen wir jetzt. Wir sind hier noch, was wir machen wollen. Wir haben uns noch ein paar Jahre geblieben. Wir haben uns noch ein paar Jahre geblieben. Dolch-Meister. Wollen wir mal einen trinken hier. Da kommt S50. Größer. Du siehst da der Punkt gekommen, ne? Ist das nur einmalig, oder ist das nur einmalig? Bogen-Meister, sehr geil. Bamm. Da haben wir eine irrsinnige Bogen-Meisterin, das ist doch auch schon was wert. Jeder Meister kann es bei weitem nicht werden. Experte-Stab, kannst du das? Das hast du schon, ne? Jetzt müssen wir weiter gucken, wo noch vier Wörfer sind. Doppel-Speak mal anmachen. Was denn hier oben? Da kommt auch noch was. Das kann doch hier so ein komischer Tempel sein. Ihr braucht unsere heilenden Kräfte. So, heilen wir die jetzt einfach alle durch. Vorsicht auf euch. Ihr braucht unsere heilenden Kräfte. Vorsicht auf euch. Den lassen wir aber. Den machen wir irgendwann, wenn wir selber irrsinnig wegmachen können. Ich will wissen, was da noch alles drauf hat. Funktions-Großmeister. Stehlen-Experte. Geister-Magie-Experte. Mediation-Experte. Das brauchen wir doch. Sehr cool. Ihr sucht etwas Scharfes? Eigentlich gar nicht so jetzt. Jetzt muss ich hier wieder verkaufen, sonst meckert er wieder mit mir. Alles weg. Hier. Danke. 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 Ganz nett. Aber unnütz. Ich könnte es ja eh mal daran machen, jetzt alles zu verkaufen. Die brauchen wir noch. Weiß ich nicht. Ich habe keinen Platz. Was war das hier? Kochkäppchen? Luftresistenz. Wem soll das denn nützen? Keinen Platz mehr. Keinen Platz mehr. Ich habe keinen Platz mehr. Da passt nichts mehr rein. Wem soll das denn nützen? Ich könnte mal einen anderen Text ausdenken. Geist-Experte. Ah, hatten wir gerade Geist-Experte? Stimmt, 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 stimmt. Oh, danke, dass du gesagt hast, ey. Das hätte ich... Ich hätte nicht drauf geachtet. Wir machen bald auf. Warum haben die denn jetzt zu? Ich war doch nur eine Minute weg. Vielleicht ein bisschen länger, weil ich auch Doppelspeed habe. Aber... Gucken wir uns noch ein bisschen um. Ich bin auch schon zu, ne? Geschlossen. Geschlossen. Aha. Leiche. Entschärfen Großmeister. Ich bin nicht mehr Experte, weil ich dafür relativ hohen Brand brauche. Scharfschütze denn? Hexer. Edle Herrin von auswärts. Meine Vertraute sagte, sie können die Erde der Länder im Übersee an euch richten. Mein Name ist Thor Anwen, Anführer der Hexer von Naiton. Allerdings nicht König von Naiton. Dieser Titel gehört jemand anderem. Ich bin euch zu dritten. Ausgabestritte und so. Ausgangsbeschränkung und so. Ja, ja. Halten Sie sich auch dran, ne? Hm. Thor betrachtet euch gründlich. Nö. Nö. Kann euch nix beibringen. Ihr habt den Pfad des Lichts gewählt. Das ist richtig. Ich finde eure Sache gut. Aber ich weiß auch, dass keiner unserer Zaubersprüche und keins unserer Rituale euch noch weiterbringen kann, nachdem ihr einmal diesen Weg gewählt habt. Tut mir leid. I'm so sorry. Weil im Weg des Lichtes wollten wir auch gehen. Alles? Gut. So, was ist hier oben? Auftrag. Mein Bruder Halder ist letzten Monat verstorben. Seine Familie wollte mir seine sterblichen Überreste senden, damit ich sie zur letzten Ruhe beten kann. Aber denen, die sie mir überbringen sollten, ist wohl etwas zugestoßen. Sie verschwanden in Naiton und seitdem hat niemand mehr etwas von ihm gehört. Ich fürchte, die Seele meines Bruders kann niemals Ruhe finden. Bis seine Beine gefunden worden sind. Bitte find einen Teil da für mich. Bringt ihn zu mir. Ich werde euch stattlich belohnen. So. Da werden wir uns verstanden. Yeah. Wasserbegehmeistern. Nice. Jetzt wäre natürlich richtig schlau, hätte ich das Buch Stadtportal mitgenommen. Damit kenne ich mich nicht aus. Boah, das ist schlau gewesen. Keinen Platz mehr. Wem soll das denn nützen? Kein Platz mehr. Weiß ich nicht. Das kennst du nicht. Das regst du bestimmt nicht ganz schlecht. Wie lange dauert es denn bei dir noch mit dem Erkennen? Hm. Mach ein bisschen mehr. Können wir mal einen hoch machen? Mal gucken. Hä? Was noch weiß ich nicht. Nicht so viel gebracht. Ach. Ich kann auch nicht. Keine Ahnung. Keinen Platz hier. Ich habe keinen Platz. Ganz nett. Kein Platz mehr. Aber unnütz. So. Was wollten wir denn noch hier lernen? Wir wollten irgendwas auch noch lernen. Äh. Den Axtmeister haben wir ja schon. Können natürlich auch Bogenmeister jetzt noch machen, ne? Kröperierenmeister. Ich glaube Bogenmeister kann er eh nicht noch eine höhere Stufe. Also. Wird schon was bringen, aber jetzt auch nicht so extremst viel. Da bist du schon Meister. Da bist du schon Meister. Da bist du auch schon Meister. Eigentlich ist er ganz gut davor. Hier könnten wir noch ein bisschen in Geister-Magie gehen. In Handeln natürlich auch. Streitkommen würde ich auch noch gerne mit mir ein. Wo sie im Moment gerade ganz gut Schaden macht. Meditation halt auch noch ein hoch. Damit sie schönen Mana hat, ne? Komm, das machen wir. Sechster Sinn ist auch erstmal gut. Äh. Auch elfmal ist alles gut. Da will ich erstmal gucken hier, wenn wir die hoch haben. Da noch weitermachen müssen. So. Brauchen eigentlich an sich lernen hier nichts mehr. Muss nur die Quest hier alle machen. Findet halt das. Okay. Reicht innerhalb von zwei Wochen die Söldner-Gelde. Ja. Die lassen wir angreifen, die Jungs. Die Söldner-Gelde da. Oder muss ich nicht hier sogar irgendwie? In die Burg rein. Für den Pfad des Lichts. Stiehlt den Wandteppich. Ne, das war ja das. Wandteppich erschloss eurer Verbündeten und bringt Nils Stanley in der Söldner-Gelde. Findet drei Statuen. Das müssen wir noch machen. Die dritte Statue ist ja hier irgendwo. In der Höhle. Ähm. Gut, jetzt warten wir noch mal bis morgen. Und verkaufen alles. Und ich glaub dann werde ich generell mal gleich aufhören. Ist ja auch schon wieder nach zwei Uhr. Haben wir ja ganz gut geschafft. Jetzt sind wir noch mal durchgekommen durch die Höhle. Die haben zu. Eine Stunde noch. Seid ihr alle geschwächt? Wollt ihr mich verarschen? Jetzt seid ihr Werbestart. Die haben zu. Hä? Sieh zu aus. Die haben zu. Warum habt ihr zu? Die haben zu. Hä? Oder haben die nur nachts offen? Haben die nur nachts offen? Sieh zu aus. PM, ne? Ja. Ich hoffe ihr mögt meine Auswahl. Das muss man ja auch wissen, ne? Ist der Ärger mit Z ist nicht wert. Okay. Ja. Wollte ich eh ignorieren. Die sollten ja. Willen Quest. Ob die mir irgendwas ankommen können, wenn die da ankommen in der Stadt. Äh. Ich weiß nicht was das ist. Wolle und Stiefel. Muss ich noch erkenn. Danke. Was ist das mit dem Schild hier? Ist das besser? Luftresistenz? Wasserresistenz. Und Alchimie. Ja toll. Kenn ich nicht. Ganz nett. Aber unnütz. Zauberpunkt ist sechs. Näh. Wem soll das denn nützen? Hä? Was soll das denn sein? Keinen Platz mehr. Das noch weg. Das noch weg. Das noch. Ey, dass das alles immer so groß sein muss. Ach. Ich kann auch nicht. Keine Ahnung. Oh, ganz gute Handschuhe. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ah. Der ist nichts wert, ne? Ganz nett. Aber unnütz. Ah. Nur Rüstung eigentlich. Plus acht. Zauberpunkte würde ich die gerne behalten. Plus zehn und außeraufgeschickt würde ich die auch gerne behalten. Zwölf. Und Körperresistenz. Die halt einfach besser. doch gar nicht so gut wie ich dachte. Weiß ich nicht. Kenn ich nicht. Kennt er nicht. Kennst du den? Ganz nett. Aber unnütz. Ganz nett. Aber unnütz. Ganz nett. Aber unnütz. Oh, plus sechs Trefferpunkte? Warte mal. Ach. Schärfen. Äh. 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 Die Trefferpunkte würde ich eigentlich gerne mitnehmen. Ich glaube die legen wir ihr zurück. Ich glaube die legen wir ihr zurück. Und sobald wir entschärfen und nicht mehr brauchen, kommen die weg. Ich hoffe ihr mögt meine Auswahl. Stimmt ich kann ja auch gleich nochmal gucken ob ich hier irgendwie was cooles abkaufen kann. Irgendwas. Äh. Ist nix tolles da muss ich sagen. Danke. Ihr sucht etwas scharfes? Besonderes war... Nö. Ich hab hier mal ein bisschen besseren Stab vielleicht. Weiß auch nicht. Ich hab bisher nur diesen Stab immer wieder gefunden. Danke. Äh. So. Die Schuhe wollte ich behalten. Das hier hin. Das da hin. Ihr sucht etwas scharfes? Falsche Händler. Du redest aber nicht mit mir? Stats auf Gegenstände. Äh. Stacken nicht. Wenn du woanders entschärfen kriegst. Was sind die Stiefel für den Arsch? Ah. Okay. Ich hoffe ihr mögt meine Auswahl. Sprich wenn ich auf dem Ring schon entschärfen hab. Äh. Dann nimmt er das. Sozusagen. Oder. Wie meinst du das? Ja ne. Ich hab hier nämlich plus eins entschärfen. Ja. Ich dachte schon was du stacken meinst. Ich hoffe ihr mögt meine Auswahl. Danke. Äh. Jetzt bräuchte ich mal noch so einen kleinen Mischmaschladen vielleicht. Gibt's ja aber nicht. Ja da wo meist drauf ist. Das nimmt er mal. Spricht der. Kriegen ist eigentlich vom Ding her. Bräuchte nicht. Aber ich hab eh nichts besser aus. Daher. So. Was ist denn hier noch so? Feind tut mir ja. Das hier irgendwie. Nicht so wirklich. Das war so Feinde. Ich hab schon die Feinde vermisst. Ähm. Was sind das denn für Feinde? Ein Rock? Okay. Was bist denn du hier oben? Das ist einfach nur ein Turm. Ah. Und hier komm ich ne. Alter was habt ihr denn? Feuerhydra. Ach. Dicker Aal. Mal herausfinden ob die stark sind. Ich bin auch weg. Würde es halt dass die so viele sind und auf einen rauf aufhauen können. Donnerfaustgebirge. Mhm. Hm. Muss ich da nicht für die eine Quest hin. Äh. Okay. Das geht so. Eigentlich innerhalb von zwei Wochen steht in der. Findet ihr drei Statuen? Nein. 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 Dann muss ich eh rein in das Labyrinth. Ich glaub da ist die ähm letzte Statue die ich noch brauche. Ist zwar nur ein Kratzer aber kann man nicht. Wir haben doch weiter an Seite gekämpft in der Höhe. Jetzt kommt sie mir auf einmal so. Ha. Aua. Auf jeden Fall macht die ganz gut Schaden. Wollt eigentlich nur kurz da rüber. Lass mich mal in Ruhe. Ich will nur noch kurz was gucken. Was hier noch so geht. Alchemist Meister. Kann ich auch schon. So. Donnerfaust. Ah okay. Dau. Donnerfaust ist das Labyrinth. Kann ich vielleicht immer bei euch hier drinnen bleiben. Draußen kann es schon wieder los grad wieder. Ach gut, denn so in der späteren Stadt auf einmal immer noch mit GTA-Feuer gehen Ich weiß ja nie Alter, ich sollte ja auf jeden Fall abbauen Viel zu viel los Soll mich das jetzt beeindrucken? Viel zu viel los Ist nicht, also ist jetzt Donnerfaust nicht das Lagerent Stimmt, ne? Ah, okay, schade, schade Boah, hier wird mir echt nicht besser Zu viel geballert, ne? Gut, wir stellen uns jetzt doch in die Stadt Bis das wieder grün ist Geh nochmal kurz in die Taverne Ist nicht wundervoll, dass ich sterbe War das die Taverne-Stadt? Nein, das war die, wo ich herkam, ne? Hier müssen wir hin Wird auch schon wieder Schön geballert, ne? Willkommen, dreht es ein Boah, ist das teuer hier Ich glaube, das schaffe ich noch nicht, oder? Inwiefern würde ich es abraten Ich glaube, das ist das Magier haben mir ja gerade auf jeden Fall nicht so gut gefallen, waren wir ein bisschen zu stark. Bei Labyrinth muss ich eigentlich noch rein. Auch, meine ich, ist das doch die, das ist, mit Labyrinth ist doch hier das gemeint, wo auch noch die dritte Statue ist, ne? Findet drei Statuen, sie sind auch so selber auf die Schrein der Parkadewüste, ne, ja, ja. Okay, dann, naja, steht leider nicht genau, wo das ist. Die Taurenlords und keine Enggänge zum Schießen, ah, okay.